Das war ja für mich auch ein Thema, dass ich nicht der Letzte sein wollte, der hier das Hoftor zuschiebt als Letzter. Das machen viele Landwirte oder müssen das machen. Da muss man sich überlegen, wie man das schaffen kann mit der Betriebsgröße, die ja gegeben ist. Man kann natürlich ein bisschen zupachten oder so, aber es gibt da ja Grenzen. Man muss dann schon ein bisschen überlegen, wie man weiterkommt. Und das sollte ja in dem Film eigentlich auch mitgezeichnet werden.